In diesem Video geht es um meine Tagesroutine. Um 5 Uhr wache ich von meiner Gewichtsdecke auf und schalte meine LED auf blau an. Danach stehe ich auf und nehme ein Eisbad. Anschließend supplementiere ich Creatin, 5-HTP und Multivitamin-Tabletten und einen Energieduft. Dann geht's weiter mit dem Frühstück. Dieser besteht aus Müsli und einem Kaffee, außerdem eine Scheibe Ingwer und Knoblauch, die roh gegessen wird. Danach meditiere ich mit den Tafeln von Chartres und gehe anschließend mit meinem Mundkassi. Um 18 Uhr geht dann der Blaulichtfilter und Nachtmodus an. An meinem Handy und im PC. Ich esse Eintopf, Eiweißriegel. Anschließend gehe ich in die Sauna. Dann dusche ich warm und schalte meine LED auf grün um. Dann nehme ich weitere Supplements wie Baldrian, Melatonin, Gabba, CBD und den Lavendelduft. Um 19.20 Uhr trainiere ich dann meine Unterarme und jongliere anschließend. Dann mache ich Atemübungen und schalte meine LEDs auf rot und lese. Anschließend gehe ich schlafen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.